Das digitale GLX-D-Funksystem erlaubt eine exakte Gain-Einstellung des Taschen- bzw. Handsenders. Die Einstellung erfolgt praktischerweise über den GLX-D4- bzw. GLX-D6-Empfänger. Schalte den Sender und den Empfänger ein und überprüfe, ob diese gelingt sind. Der Audio-Pegel und die Gain-Einstellung werden im Display des GLX-D4-Empfängers angezeigt. Lediglich die lautesten Peaks sollten den obersten Balken der Anzeige erreichen. Wird OL, Overload angezeigt, so ist der Pegel zu laut und das Gain muss reduziert werden. Verwende dazu die Plus- und Minus-Tasten, um das Gain in 1 dB-Schritten zu ändern. Ein Tipp, achte bereits beim Soundcheck auf einen realistischen Audio-Pegel.